Nach dieser Schrecksekunde im Grand Prix Maurizio d'Aqua, Switzerland, nun in der Bahn. Die Neunten im grossen Preis von Oliva in diesem Jahr, im vergangenen Jahr gemeinsam Sechste in Villach treffen und Zweite in Rofo Italico. Starlette de Maillet, eine zehnjährige französische Stute gerettet von Florence Zedou, Schweiz. Schnelles Martin iniano. Kuhn. Rumpo Pudding. Zitzen vor allem nachpause. Skulling innen. Zitzen. Zitzen. алиher. Das war's für heute. Das sind sechs Strafpunkte, davon zweite, das Überschreiten der Zeitfeld von 85.22 Sekunden.